Es wird Zeit für ein neues Projekt. Herzlich willkommen zur zweiten Season von Mein Colonies. Wir spielen erneut Mein Colonies bauen eine komplette neue Stadt. Was ist Mein Colonies? Das ist eine Modifikation, wo es Dorfbewohner gibt, die alle selbst die Gebäude aufbauen, Berufe haben, Ressourcen craften, das Dorf verteidigen und ich als Spieler bin praktisch der Manager, der dafür sorgt, dass sie das eigenständig machen können. Sie farmen Erze in Minen, sie farmen Holz im Wald eigenständig, nehmen die Ressourcen, bringen sie ins Lager, verarbeiten sie. Im Sägewerk beispielsweise stellen fortschrittliche Materialien her, um am Ende eine komplette Zivilisation aufzubauen. Ein bisschen so wie die Siedler in Minecraft maybe und es wird Zeit, eine weitere Staffel zu machen. Und dieses Mal wird es noch größer. Wir werden eine gigantische City bauen. Das hier haben wir letztes Jahr gemacht. Wir haben sehr viel Wohnraum geschaffen, endlos viele Häuser, eine riesige Stadtmauer. Und dieses Jahr soll es noch größer werden als das, was ihr hier seht. Ich hoffe, ihr seid hyped. Am 28.10. geht Crafting los. So lange haben wir noch Zeit für eine richtig schöne, saftige Staffel Mine Colonies. Und alles, was man auf sich hat, seht ihr jetzt in diesem Video. Ich werde heute auch wieder streamen, wenn ihr das Video seht. Ab sofort gibt es abends wieder Mine Colonies Streams. Schaut vorbei auf Twitch. Und wenn ich live bin, machen wir weiter. Hinter mir befindet sich eine wunderschöne Landschaft. Und was gibt es denn Besseres, als diese mit einer neuen Mine Colonies Stadt zu verschandeln? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Mine Colonies Staffel 2. Wieder im Vormonat zu Craft Attack. So wie letztes Jahr. Ich habe ebenfalls wieder ambitionierte Ziele. Ich möchte eine noch größere Stadt aufbauen als letztes Mal. Und ich habe dafür bereits schon eine geeignete Stelle in dieser Welt gefunden. Ich habe eine große Ebene gefunden in der Kart. Ich habe auch wieder World Generation Mod hinzugefügt. Und wir werden hier mit einer neuen Season Mine Colonies beginnen. Alles, wie man mit Mine Colonies startet, wie man sich die ersten Village erholt, das erste Gebäude gebaut und loslegt, werdet ihr jetzt in dieser Folge sehen. Das heißt, wir werden es als Tutorial-Folge nehmen. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Deswegen schaut rein. Ich würde ein paar kurze Rahmenbedingungen zu meinem Projekt noch erklären. Wir sind in Staffel 2. Ich habe bereits einmal schon die Mod komplett gespielt, auch erklärt. Findet ihr in der Playlist verlinkt oder auf dem Kanal. In Season 1 gibt es das einmal. Und dieses Mal wird es hier Season 2 in der Minecraft 1.20. Ihr seht es, dort oben haben wir jetzt Kirschblüten wie oben. Vor einer riesigen wunderbaren Kulisse dort oben sind noch Gebirge und sowas. Und die World Generation Mod sorgt dafür, dass alles richtig smooth hier runter geht, richtig nice wird. Und das wird hier, da wo der Holzblock ist, dort wird die Stadtmitte gleich hinkommen. Und von dort bauen wir uns dann in sämtliche Richtung weg. Ich werde das Supply-Starter-Schiff dort vorne platzieren. Und wir legen jeden Moment los. Gut. Um mit meinen Colonies zu starten, muss man sich zunächst ein Supply-Ship oder ein Supply-Camp craften. Das Supply-Camp macht man aus fünf Kisten. Das Supply-Ship aus fünf Boote mit Kisten. Und ich habe das jetzt einfach mal im Game-Up gemacht. Ich werde hier als Spieler nicht im Survival so ultra-hardcore machen. Ich werde in den Survival-Mod gehen. Ich habe mir sehr viele Level gegeben und mir den Angel Ring geholt als Modifikation. Ich werde euch übrigens, wenn es geht, das Mod-Pack noch verlinken. Ich habe mir das zusammengestellt. Einer meiner Mods wird das vielleicht auf Curse Forge packen. Und dann könnt ihr das auch selbst spielen, kein Problem. Der Angel Ring zieht allerdings XP aus dem Spieler raus. Deswegen habe ich einfach mal ziemlich hoch geballert, sodass ich im Survival-Mod fliegen kann und meine Kolonie von oben überwachen kann. Den Anfang mache ich jetzt aber einfach mal so, indem ich mir das Schiff einfach mal geholt habe. Das beziehen wir jetzt hier vorne ins Wasser rein. Und dann gibt es hoffentlich den Start zu unserer Kolonie. Ich werde also als Beobachter weitestgehend von oben alles anleiten. Das Ziel wird es weiterhin auch hier sein, dass das Dorf oder das Dorf, Entschuldigung, die Stadt selbstverständlich selbst von alleine funktioniert und self-sustaining ist. Dass ich nicht sonderlich viel hinzufahren muss, hier und da, um Dinge zu beschleunigen, werde ich das sicherlich machen. Und wir gucken einfach mal. Es wird so ein bisschen einen Ansatz haben von die Siedler oder sowas. Ihr kennt es vielleicht von der letzten Season, vielleicht auch nicht. Es wird extremst geil. Ihr habt vielleicht im Intro gerade schon gesehen, was alles möglich ist mit meinen Kolonies. Und da legen wir auch los. Ich würde sagen, ich gucke mal nach einer geeigneten Stelle zum Thema. Ich habe noch mal eine Karte mit reingepackt, damit wir sehen können, wo wir ungefähr sind. Ich bin auch schon rumgeflogen und habe die komplette Gegend einmal erkundet. Hier vorne ist das Meer, der Ozean. Und ich gehe jetzt mal von der Geschichte, von der Lore soweit aus, dass jetzt unser Supply-Chip hier aus dem Ozean den Fluss entlang gefahren ist und hier vorne sich in einer etwas flacheren und etwas größeren Flussbiegung bereitgestellt hat. Und wir sind jetzt hier und kolonisieren diese Flachebene unter dem Kirschblütenbiom. Ich hoffe, dass wenn irgendwie Piraten kommen, dass sie weitestgehend über den Wasserweg hier vorne irgendwann auftauchen werden, ja. Oder Barbaren, die vielleicht aus dem Gebirge kommen oder irgendwie sowas. Das würde ganz nice auch passen. Und hier wird dann Stadtmittel sein, wir bauen uns dann hier so entlang. Ist nicht ganz so mehr wie letztes Mal gelegen. Die Biome sind auch nicht so, wie ihr es letztes Mal kennt. Ich fand die World Generation Mod nicht so geil. Teilweise hat man Ressourcen nicht dort bekommen, wo man sie kriegen sollte. Andersiert und Granit habe ich mich dumm und dämlich gesucht. Aber hier mit dieser World Generation sollte das passen. Wie gesagt, Modpack kommt noch ansonsten in die Beschreibung. Es ist nicht viel, es sind fünf Mods oder so und das war's. Mein Kolonis sind ein paar Sachen, die dazukommen. Gut, dann guck ich mal, wo wir das Schiff jetzt hinpacken, ne? So, ich habe einmal Rechtsklick mit dem Schiff auf einem Bodenblock gemacht im Meer. Und schon haben wir eine Vorlage bekommen, die sich hier darstellt. Mit nochmals Rechtsklick kann ich jetzt einmal dieses Schiff bewegen, wie ich möchte. An die, die es noch nicht kennen, haben wir an der rechten Seite so ein Menü, wo man dann rotieren kann, nach oben rücken kann, rücken rücken kann. Ich kann es sogar spiegeln, indem ich hier einmal diese Spiegeltaste drücke. Ich kann es nach oben verschieben, nach unten verschieben. Ich würde aber sagen, das Schiff kam von dem Ozean auf der rechten Seite und ist jetzt hier reingefahren. Und ich werde es auch hier entsprechend positionieren. Es ist hier reingedüst. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu setzen, indem wir konfirmen auf grün. Aber jetzt haltet euch nochmal fest. Es ist wieder die größte Frage, die wir uns stellen müssen. Wie wird dieses Projekt geführt? Und darauf kommt es an, indem wir mal auf Switchpack gehen. Denn wir können uns für unsere Stadt, für unseren Stil etwas auswählen, wie die Villager bauen sollen. Es gibt von meinen Colonies verschiedene Sachen vorgeschlagen. Nordic Spruce, Warped, Stalactite Caves, Medieval Dark Oak. Und je nachdem, was wir jetzt auswählen, wird das Schiff und natürlich auch generell alle Gebäude auch anders aussehen. Wir legen also einmal den Gebäudestil jetzt hier fest. Ich kann auch Wüstenoase machen, beispielsweise. Ich kann, ich könnte nicht im Nether bauen, kann ich ein Nether-Schiff machen? Ich würde mal das auf Lava dann packen und sowas, ne? Wir, wir eigentlich, wir könnten noch so viele Seasons machen, wo wir andere Stile ausprobieren. Wir haben dieses Colonial, das ist der Standardstil, by the way, von meinen Colonies. Und letztes Jahr hatte ich Medieval Spruce genommen. Da hatte ich hier so eine Art Wikinger-Schiff, was reingefahren ist. Das würde sogar fast hier schon wieder passen. Aber Leute, ich möchte Abwechslung auch in meinen Colonies Seasons. Ich glaube, ihr findet das auch cool. Ich habe überlegt, vielleicht kann ich Medieval Oak machen. Weil auch wieder so mittelalterlich ein bisschen anders, als wir hatten. Aber das ist wahrscheinlich wieder ähnlich zu dem, was wir mit Spruce hatten fast. Oder nee, das sieht ein bisschen anders aus. Ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Ich glaube aber, ich habe eben gerade schon ein bisschen gegrübelt und werde mich auf was festlegen. Sowas ganz Exotisches ist schlecht. Man kann Savannenhäuser machen. Und wisst ihr, was neu ist? Das habe ich gesehen. Man kann sogar The Shire nehmen. Also das ist halt jetzt ein bisschen mir zu klein hier. Man kann praktisch hier das Hobbit-Dorf damit bauen und sowas in der Richtung. Wahrscheinlich. Also Shire gehe ich jetzt mal anders als in Anspielung auf Herr der Ringe. Würde ich aber nicht machen. Ich glaube, die Gebäude sind ein bisschen klein. Urban Burging ist so geil. Das hier ist mein Colonies, das Beginner-Pack. Ich habe das letzte Mal, hier steht auch teilweise Schwierigkeitsgrad mit dran, ne? Medieval Spruce war Intermediate. Also ein bisschen schwieriger mit Ressourcen sammeln. Und der Standard, mein Colony-Stil hier, hat die Beginner-Schwierigkeit. Aber ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass das hier vielleicht auch mal geil sein könnte. Ich möchte Abwechslung machen. Ich möchte nicht denselben Stil wie letztes Mal nehmen. Ich möchte, dass die Gebäude wieder ein bisschen anders aussehen. Vielleicht können wir nächstes Mal eine Höhne. Du kannst auch hier in einer Cave dann leben. Du kannst in Nether leben. Alle Gebäude sind vorhanden. Ich habe mir Devil Dark Oak. Leute, ganz ehrlich, ich würde ausnahmsweise wahrscheinlich mal für diese Season, auch wenn es Beginner-Level ist, den ganz normalen Standard-Stil nehmen. Nämlich Colonial. Damit das eine andere Atmosphäre bekommt. Und damit wir, wenn es vielleicht ein bisschen billiger ist, die Stadt dafür umso größer machen. Let's go! Ich glaube, meine City hatte letztes Jahr 50 Einwohner. Mein Ziel wäre es, hier eine Riesenstadt hinzubauen. Vielleicht sogar hier vorne das abzuholzen. Ich würde sogar sagen, ich holze das hier wirklich ab. Und die Stadt geht hier die komplette Area entlang. Mal gucken, wo ich die Stadtmitte mache. Wahrscheinlich dort, wo der Holzmarkt natürlich ist. Und ja, das war der Plan. Wir werden das Schiff mal ein kleines bisschen etwas näher dann jetzt hier ans Ufer bringen. Und dann werde ich dort hier meinen Beginn machen. Mit dem Standard-Stil. Und nächstes Jahr, guck mal, vielleicht können wir eine Never-Season machen. Vielleicht kann ich eine Cave-Season machen. Ey, es ist so. Es ist wieder so viel, was wir machen können. Ich kriege richtig Bock. Meine Damen und Herren, ich lege mich fest. Das ist jetzt der Anfang von meinen Colonies. Wir klicken auf Speichern. Hier vorne ist leider etwas überlappend. Da ist noch ein Block in der Ecke. Oder zwei Blöcke, um genau zu sein. Not the Fluid. Dann haue ich die eben per Hand weg. Und wenn ich jetzt das Schiff setze, sollte alles gültig sein. Ja! Meine Damen und Herren, damit geht es los mit meinen Colonies. Das Startschiff wurde gesetzt. Wir gehen auch in den Survival-Mode. Und den ganz kleinen Anfang werden wir halt jetzt so machen. Ich habe Angel Ring drin, sodass wir fliegen können. Damit ich jetzt meine Kolonie von außen verwalten kann. Dann schauen wir mal, was es auf diesem Schiff zu finden gibt. Es sollten ein paar Beginnermaterialien auch findbar sein. Gehen wir hier rein. Hier ist die Kapitätskajüte. Hier haben wir einiges drin. Leute, ich bin mir nicht sicher, was alles neu ist. Wir müssen ganz dring gucken. Was sind denn Kalipers? Also von AdMine Colonies. Ich habe, pass auf, an alle Experten von euch. Ich habe ein paar Probleme gehabt, herauszufinden, was sich in dem Jahr verändert hat und was neu dazugekommen ist. Ich weiß nicht, ob es neue Gebäude gibt. Postbox, Stash? Sagt mir bitte mal Bescheid in den Kommentaren, was seit dem letzten Mal in Colonies letztes Jahr neu dazugekommen ist. Das wäre super wichtig zu wissen. Und ich nehme das mal raus. Wir haben die Town Hall, was der Grundstein ist für unser Settlement dann. Diese Teile und Paper. Ich gucke einfach mal, was hier alles... Oh, nee, das platziere ich hier nicht. Da ist noch ein Buch drin. Das kann ich mir vielleicht irgendwann nehmen. Einen Leg Turn. Ja, der Käpt'n hat heute hier gechillt. Dann gucke ich mal, was im Laderaum ist. Im Frachtraum wird es bestimmt auch noch ein paar Dinge geben. Maybe können wir noch mal nach hier oben gehen. Wie sieht es aus? Ist nicht so viel. Wenn es ein bisschen laggy ist, liegt das daran, dass ich die Render das komplett gestört hochgeschraubt habe. Ich werde die vielleicht ein bisschen runterstellen noch. Aber glaube ich, das sollte jetzt nicht so arg auffallen hier. Gibt es denn im Laderaum noch irgendwas Wichtiges? Oh, Standard Tools. Zum Beginn, um loszulegen. Let's go! Ich bin aber am überlegen, meine Damen... Oh, Stackholz auch noch direkt zum Loslegen. Ich bin am überlegen, ob ich mir Tools gebe. Einfach die schon bereits. Hier sind Knochen drin. Perfekt. Ein Field habe ich direkt gekriegt. Let's go! Die Unbreakable sind auch. Settlings habe ich gekriegt. Let's go! Und ich kann mir auch ein Bett direkt mitnehmen, wo drin ich pennen kann, um die Nächste zu skippen. Steinen Stack. Nochmal Holz und Stack. Nochmal Steinen Stack. Und Essen drin. Oh mein Gott. Das ist ein perfektes Kolon... Hier ist nochmal Fleisch drin. Ein perfektes Kolonistenschiff. Seid ihr ready? Ich glaube, ich habe die wichtigen Sachen mitgenommen. Ich würde mir noch ein Bett abbauen. Hier unten. Das werde ich dann auch für mein Schiff nehmen. Für meine Base nehmen, I guess. Vielleicht kann ich hier nochmal die Teile mitnehmen. Das müssen wir noch nehmen. Architektenkader und sowas. Ich meine mich daran zu erinnern, dass wir hier verschiedene Dachteile craften richtig müssen. Wir haben Special Blöcke, die besonders aussehen und so weiter und so fort. Und von hier wird es dann jetzt zur Kolonie gehen. Wir düsen mal rüber. Dann starten wir doch mal, indem wir unsere Kolonie und unsere Town Hall endlich setzen. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde rumprobiert mit dem Baustil. Ich tue mir etwas schwer. Ich möchte euch noch was zeigen. Wahrscheinlich werde ich mich da auf Medieval Oak festlegen. Denn der Standardstil von meinen Kolonies... Ich weiß nicht. Ich finde ihn ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und zwar, wenn wir hier das auswählen, die Colonial und dann mal ein paar verschiedene Gebäude setzen, wie zum Beispiel die Town Hall, die wir gleich setzen würden, die würde auf der höchsten Stufe so aussehen. Und ich finde es nicht so schön, um ehrlich zu sein. Und bei ein paar anderen Gebäuden haben wir genau dasselbe. Und die Straßen sind auch sehr gerade. Ich kann die Infrastruktur bauen mit Straßen, allem Möglichen. Aber das sind immer so gerade Wege, die gebaut sind. Ich kann mal die Bibliothek machen. Die sieht so aus mit solchen Teils im Boden. Also gerade Straßen, fett geflastert mit diesen Teils. Und ich glaube, am Ende finde ich es gar nicht mal so schön. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe rumprobiert. Ich kann euch gerne noch ein paar andere Sachen zeigen. Die Schule zum Beispiel, die sieht dann so aus. Das sieht mir alles zu linear aus. Vielleicht liegt das jetzt am Baugeschmack. Die Universität, die sieht dann so aus. Das muss ich sagen, ist echt geil. Aber die Wege, die werden halt schnurgerade, eckig. Und wahrscheinlich liegt das daran, dass das auf Beginner-Level oder sowas ist. Das letzte Mal hat man Intermediate. Und haltet euch fest, ich habe mich nochmal umentschieden für doch Medieval Oak. Ich habe was gesehen. Auch generell bei Medieval Spruce, das würde gehen. Aber ich mache Medieval Oak. Ja, es sind Sachen, die überschneiden sich vom letzten Mal. Aber ich habe gesehen, es gibt nochmal neue Auswahl. Auch bei Medieval Spruce würde es neue Sachen zur Auswahl gehen. Neue Gebäude zur Auswahl geben, die es letztes Mal nicht gab. War man das denn? Hier ist Medieval Oak. Und beispielsweise kennt ihr noch die Buildersat vom letztes Mal. Das war der Old Builder. Den kennen wir schon. Genauso habe ich das letztes Mal auch gehabt mit dem Kran oben drauf. Nur, dass das hier aus Spruce ist. Und aus Oak ist mit anderen Materialien. Und auch hier die andere Version, die kennen wir auch. Nur in Spruce, wo das, dieses Design. Aber es gibt generell neue Gebäude und neue Versionen, die man auswählen kann. Zum Beispiel bei Universität oder sowas. Das sieht ganz anders aus. Also andere Gebäude sind überarbeitet worden. Es gibt verschiedene neue Versionen, die man auswählen kann. Deswegen würde ich doch, glaube ich, mich hier drauf festlegen. Beispielsweise, wenn ich Richtung Militär gehe und die Old Guard Tower. Die Alternativen, da habe ich entweder so eine Option. Finde ich schon mal sehr geil. Hatten wir letztes Mal, bin ich mir nicht ganz sicher. Das wäre noch eine Option als Guard Pose. Das hätten wir so nicht gehabt. Und auch der Guard Tower, das ist ja vom letzten Mal nur noch mal halt mit Oak dann. Meine Damen und Herren, ich lege mich auf Medieval Oak fest. Es passt einfach besser hier rein. Wir haben wieder wunderbare Dächer und sowas. Und das andere ist kein, doch nicht so ein schöner Stil. Man muss nicht alles jetzt bauen in dem Stil, den man anfänglich festgelegt. Das Schiff ist jetzt einfach den Standardstil. Das Kolonistenschiff, Beginnerschiff, was angekommen ist. Und hier lege ich mich jetzt auf Medieval Oak fest, weil es am Ende, glaube ich, einfach besser ist. Dann gehe ich mal in den Survival Mode und wir starten unsere Kolonie da, wo sie sein soll. Wir machen einen Rechtsklick. Hier kann man nämlich jetzt nur das auswählen, was man im Inventar hat. Und ich habe jetzt hier eine Town Hall zur Auswahl. Und ich kann mich jetzt festlegen, welche ich davon machen möchte. Ich glaube, bei Spruce gab es nur eine. Bin mir nicht ganz sicher. Wir haben jedenfalls eine wunderbare Auswahl, ob wir die Old Town Hall nehmen. Und mein Stil ist es immer, direkt auf Stufe 5 anzugucken. Wir gehen also hier hin, klicken auf Stufe 5, gucken, wie das Gebäude am Ende aussieht. Und das hier ist wohl eine Town Hall, die einer Burg gleicht. Und wir können uns überlegen, ob wir das haben wollen. Es gibt also den Stil, das so bogen- und festungsmäßig zu machen. Aber ganz ehrlich, ich finde den ein bisschen eng hier drin. Der ist nicht so schön überblickbar. Überblickbar und ich bin dann eher Fan davon, ein bisschen offener zu gestalten. Deswegen nehme ich auch hier Version Nummer 2. Und das wird dann später die fertige Town Hall sein, die ich jetzt einfach mal auf die richtige Höhe hier bringe. So würde die aussehen. Damit können wir arbeiten. Finde ich so gut. Ich würde das noch eins höher machen. Ein bisschen nach hinten schieben oder so. Damit wir das hier gut sitzen haben. Vielleicht kann ich hier das mit Erde noch auffüllen. Damit das gut passt. Aber das, meine Damen und Herren, würde ich sagen, ist meine Town Hall. Die würde ich hier mittig setzen. Und damit eine neue Kolonie gründen. Wir bleiben bei Medieval Oak. Bisschen Abwechslung zum letzten Mal. Und der Gebäudestil wird zum letzten Mal auch ein bisschen anders sein. Weil die Wände sind anders. Oak ist anders. Und die heute Form wird auch ein bisschen anders hoffentlich sein. Wir gehen hin. Speichern. Dann habe ich jetzt hier meine Kolonie festgelegt. Dass die hier sein soll. Beziehungsweise die Town Hall ist hier gesetzt worden. Die Position davon ist gesetzt worden. Wir gehen jetzt hier rein. Machen Rechtsklick. Und es ist keine Kolonie gefunden worden. Und ich habe auch noch keine Kolonie. Wir erstellen eine neue. Meine Damen und Herren. Ich habe soeben meine eigene Kolonie erstellt. Die Worte werden jetzt in der Welt verteilt. Es gibt eine Nachricht. Soon the first settlers will join your Kolonie. Also bald kommen die ersten Village an. Die hier für mich arbeiten wollen. Let's go. Ich habe schon ein bisschen umprobiert. Und die Kolonie schon mal gestartet. Mit einem anderen Baustil. Hat mir nicht so gefallen. Habe ich wieder entfernt. Und deswegen schon ein bisschen vorgecraftet. Denn wir brauchen als nächstes ein Crafting Table. Damit das sich jetzt hier aufbaut. Das kann ich ich machen als Spieler. Das muss einer der Siedler für uns machen. Bell J Cricket. Wieder ein Cricket. So was aber auch. Letztes Jahr hatten wir auch ein Braylin E Cricket. Unser erster Bilder. Und diesmal ist es Bell J Cricket. Ein neuer Cricket ist da. Dieser wird wahrscheinlich unser erster Bilder sein oder so. So Stück für Stück kommen jetzt hier Villager an. Die werden angelockt von der Town Hall. Die kann man dann gleich einstellen. Dazu mehr. Damit wir aber unsere Town Hall bauen können. Müssen wir ein Bilders Hut bauen. Und diese Bilders Hut. Die erstellen wir mit Holz und einer Tür. Und so einem Build Tool. Das habe ich hier schon mal gemacht. Habe ich schon einmal gecraftet. Und dann kann ich auch hier mit dem Build Tool mir direkt eine Bilders Hut erstellen. Rechtsklick. Fundamentals. Und auch dann haben wir die Bilders Hut. Und da kann ich jetzt auswählen. Wie diese aussehen soll. Wir gucken immer auf Stufe 5. Wie das fertige Gebäude aussehen soll. Ich würde sagen, wir können auch hier den Old Builder nochmal machen. Der sieht dann so aus vom Design. Ist ganz nett. Ich würde, man sieht auch übrigens, wie das fertige Level 5er Gebäude die Town Hall dann aussehen. Damit man das mal richtig gut einschätzen kann. Ich positioniere das Gebäude jetzt mal entsprechend. Wo ich denke, dass es gut ist. Zentral sollte gelegen sein. Vor allem dann das Lager. Das werden wir irgendwo hier sehr zentral hinbauen müssen. Damit die Kuriere überall hinlaufen können. Das alles da machen können. Und vielleicht einen Builder, der irgendwo hier jetzt chillt. Ich würde den Builder etwas nach hinten platzieren. Wir verschieben den. Und wir gucken mal, dass das jetzt gut passt. Dass das nicht so nah an dem Gebäude ist. Deswegen mag ich halt auch diesen Fortress Build Stil nicht. Wir schieben den mal nach hinten. Schieben den ein bisschen zur Seite. Und ich würde sagen, hier haben wir jetzt hier Platz. Für einen schönen großen Marktplatz oder sowas in den Dreh. Können wir machen. Ach so, das Gebäude verschwindet auch jetzt. Wenn ich nämlich jetzt hier drauf fahren würde, glaube ich. Dann taucht das auf, oder? Ja, jetzt ist es wieder da. Damit man halt einschätzen kann, wie das ansonsten so geht. Ich würde sagen, kann man so ein bisschen rotieren. Ja, so würde ich es machen. Das hier ist der Eingang, der zu Town Hall zeigt. Nach vorne. Damit ist hier ein bisschen Abstand. Ich würde sagen, noch einen nach hinten oder so. Und dann kann man sagen, gut, hier perfekt diagonal. Den, 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 den. Den, nochmal eins zur Seite. Steht dann jetzt unser erster Builder neben der Town Hall. Und dann klicke ich auch hier wieder auf Speichern. Dort wird der Buildersat hinkommen. So, you need a great job on the place on Buildersat. However, that's not enough. You need to access it and click the Build Building Button. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Und hier ist eine kleine Anleitung. Also, hier gibt es wieder ein Menü, wo wir uns gleich durchklicken können. und Aufgaben verteilen können. Verstanden. Wir haben es ja letztes Jahr schon gemacht. Ich kann jetzt einen der Villager einstellen, die für mich Bilder werden. Und dann haben die sozusagen einen Beruf. Und dann gehe ich mal auf Manage Workers. Und dann seht ihr schon die ganzen Villager, die aufgekreuzt sind. Wir haben jetzt hier den Bell J Cricket, Adaptility 3, Adaptility 2 und Adaptility 3. Hier sieht man die Fähigkeiten, die relevant sind für ihren Job. Alle Dorfbewohner haben verschiedene Fähigkeiten. Agilität, Wissen, Stärke, Kreativität und so weiter und so fort. Und was wichtig ist für Bilder, ist hier hervorgehoben. Der hat hier drei und da vier. Und ich glaube, Bell J Cricket ist auch einfach knallhart der beste Kandidat aktuell für unseren ersten Build. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, auf Recall Worker macht, dann ist der auch aufgetaucht. Ja, offiziell Bilder, wahrscheinlich schon automatisch zugeordnet worden. Wir können jetzt hingehen und diesem einen Job geben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einerseits kann er natürlich die Town Hall aufbauen oder er kann auch erstmal selbst seine Builder-Sat aufbauen. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Build Options. Und dann sehen wir, was wir alles brauchen, um unseren Builder zu bauen. Wir brauchen eine Kiste. Wir brauchen Stairs. Wir brauchen Fence. Oak. Standing Barrel. Oak Slap. Torch. Oak Door Course. Dirt. Framed Oak Plants. Crafting Table. Dirt Oak Plants. Die Anzahl, wie viel wir brauchen, ist auch da. Und wir müssen jetzt Folgendes machen. Hier oben können wir jetzt ein Builder zuweisen. Erstmal den Namen. Und wir müssen jetzt noch in das Inventory von dieser Builder-Sat die Items reinlegen. Wenn ich jetzt also mal hingehe und dann kann ich mal auf Build Options. Das geht gerade nicht. Es gibt so ein Buch, glaube ich, das kann man machen, wo man eine Liste bekommt, ob das hinhaut oder nicht. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Required Resources. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon habe. Aber ich muss jetzt die Ressourcen holen, damit unser Builder erstmal seine eigene Hütte aufbauen kann. Und dann anfängt, die Town Hall zu bauen. Dann habe ich mir jetzt mal eine Resource Scroll geholt und gemacht. Einfach zwei Ledersticks und wieder so ein Build Tool. Und dann kann man hier draufklicken. Link Resources for Builders Hut at Sparks Colony. Und so kann ich unterwegs immer gucken, was dem Builder noch fehlt. Und dann weiß ich, was ich alles reinlegen muss. Jetzt mache ich mal Rechtsklick drauf. Und ich starte auch mal einfach jetzt hier die Build Options. Builder, Bell, Jake Ricket, Build, Building. Und dann habe ich jetzt den Auftrag gegeben, dass der Builder erstmal sein eigenes Bild hat baut. Den können wir mal machen. Und dann darf der die Town Hall bauen. Und wenn ich jetzt hier Rechtsklicken mache, dann müsste eigentlich hier normalerweise draufstehen, was dem Dude fehlt, oder? Ich kann ja mal hier Sachen reinlegen. Inventory. Bell, Jake Ricket, kommt hier hin. I've started work. Ah, okay, ich brauche jetzt die Bestätigung. Der ist jetzt gerade hier am Arbeiten. Und der hat mir bestätigt, okay, ich habe jetzt angefangen zu bauen. Und dann nimmt er jetzt hier aus dem Inventar die Items raus, um dann hier sein Gebäude zu setzen. Und ich würde gerade mal Folgendes machen. Wir legen oder supplyen mal so gut wie es geht die Items hier rein. Ich habe Oak-Locks reingelegt. 56 von 76 hat er jetzt. Er muss Oak-Planks haben. Er muss eine Oak-Tür haben. Gut, da glücklicherweise habe ich die Tür schon. Ich habe ja eine Buildersat gemacht. Dann kann ich jetzt nochmal hier hingehen und runtergehen. Das sollte jetzt gezählt haben. Ja, die Tür zählt als komplett, denke ich mal. Zwei von drei. Oh, er braucht nochmal welche mehr. Also, da seht ihr es schon. Meine Aufgabe ist ja erstmal sein, alle Ressourcen ranzuschleppen, die wir benötigen, damit sich das Teil aufbaut. Geben wir nochmal hin. Machen wir nochmal eine weitere Tür. Und dann lege ich das rein. Ich denke mal am Anfang werde ich noch chillig hier so ein bisschen händisch die Ressourcen farmen. Für weitere fortgeschrittene Sachen müssen wir langfristig mal gucken, ob wir das ein bisschen abkürzen. Leute, es kann sein, dass ich vor allem auch für Wege und für weitere Bauarbeiten, wenn ich von oben drauf zugreife, unter anderem den Creative Mode als Hilfsmittel nutze. Meine Aufgabe in diesem Projekt ist es nämlich nicht, im Survival Mode alles permanent zu farmen. Survival Minecraft spielen bei Craft Attack und das ist eher ein Siedler, wo wir von oben drauf gucken. Also, es kann sein, dass ich Hilfsbau arbeite und Schönbau arbeite, etc. Und alles hier so vielleicht ein paar kritische Materialien. Ich werde kein Ocean Monument raiden, um an Prismarien ranzukommen. Das ist mir zu viel Survival Aspekt, den ich hier nicht behandeln würde. Es kann sein, dass wir mit Prismarien und fortgeschrittene Sachen brauchen, maybe aus dem Nether, dass wir das über einen Creative Mode anhören. Denn dieses Projekt ist dafür da, um ein richtig cooles Kolonisierungs- und Städtebauprojekt zu machen. Und im Prinzip so, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. So, soviel dazu nochmal als Disclaimer. Da würde ich mal hingehen, sämtliche Ressourcen aber nochmal gechillt jetzt erstmal holen. Vielleicht auch ein bisschen mit Farben. Und dann gucken wir mal, was uns hier noch so fehlt. So, guck mal, die Türen sind jetzt fertig. Die Oak Logs sind noch nicht ganz fertig. Da kann ich aber mal ein bisschen verstärkt was reinlegen. Dann kann ich wieder auf meinen schlauen Zettel gucken. Jetzt sehen wir, Oak Logs ist auch gefinisht. Jetzt brauche ich noch zwei Fackeln. Standing Barrel, Oak Stairs, Slabs und so weiter und so fort. Ich bin mal ein kleines bisschen Holzfarm, Kiesfarm, eine Kiste machen und sowas. Und dann sind wir hoffentlich gleich wieder am Start, wenn er loslegen kann mit Bohnen. Alles klar. Ich denke, ich habe dann fast alles. Kleinigkeit noch. Eine Sache, die wichtig ist zu wissen. Bei Framed Oak Planks müsst ihr aufpassen. Denn die werden speziell hergestellt. Im Schiff vorne gibt es einen Architekt-Architekts-Cutter. Und da müsst ihr dann, indem ihr Holz reinlegt, verschiedene Kombinationen macht, entsprechend das auswählen. Ihr müsst ganz genau gucken, was fehlt. Wir brauchen Framed Oak Planks im Architekts-Cutter. Typ Plane, Material Oak und Oak. So, und dann gehen wir jetzt hier rein, legen hier jeweils zwei Oak rein. Und wir brauchen Plane, da haben wir es auch. Plane, Oak, Oak. So, und dann kann man draufklicken. Aus zwei werden dann vier Stück hier rausgemacht. Und davon brauchen wir eine ganze Menge. Wie viel haben wir denn? 40. Haut hin. Ja, damit habe ich alles erfüllt. Das, was grün ist, haben wir im Inventar und vollständig. Das, was gelb ist, besitzen wir generell noch nicht. Das heißt, alles, was wir brauchen, haben wir. Und dann muss ich jetzt hier zu unserem Dude gehen. Das ist ins Inventory rein. Die Fässer, die Fackeln, die Zäune, Korsdirt, Frames, nochmal normalen Dirt. Alles, was irgendwie fehlen könnte und was der gebrauchen könnte. Ein Crafting Table fehlt noch. Und das ist das Letzte. Dann ist der komplett supplied. Wir gehen auf unser Ding drauf. Er hat alle Ressourcen da. Und jetzt müsste der anfangen zu bauen. Es sei denn, ihm fehlt noch was. Er braucht eine Schere, damit er loslegen kann mit Bauen. Denn die Bilder brauchen auch Tools. Und hier ist ganz viel Gras und so. Wir können das etwas helfen. Wir müssen ihm jetzt nicht wirklich eine Schere besorgen mit Eisen, sondern wir können einfach hingehen und händisch für ihn diesen Job erledigen. Der wird jetzt nämlich hier weiter seinen Bauplatz scannen und gucken, was zu tun ist. Es kann also auch sein, dass er gleich nach einer Schaufel fragt, weil hier vorne noch Erde im Weg ist. Das können wir ihm aber abnehmen, indem ich selbst hingehe. Ich habe beide Schaufeln wegeräckselt, die ich hatte. Und indem ich ihm helfe, das abzubauen. Dann wird er nicht mehr nach Schaufel fragen und auch nicht mehr nach Erde. So, das Gras sollte jetzt weg sein. Vielleicht wird er jetzt nach einer Schaufel fragen. Aber da helfe ich auch nochmal aus. Können wir hingehen? Ne, Schere will aber noch. Äh, I'll work on it. So, und eventuell erledigt sich das noch. Wir könnten vielleicht sogar auch nochmal Cancel Build, Build Options, Builder, ihn jetzt neu zuweisen. Und dann wird er das hoffentlich checken. Und jetzt wird er nicht mehr die Schere von mir verlangen, sondern er wird jetzt Stück für Stück loslegen. Weißt du, der Zettel, der müsste ja noch hinhauen. Jetzt fange ich an zu bauen. Die Ressourcen sind alle da, 100%. Und dann sollte der Stück für Stück losgehen. Ich gehe aber trotzdem, komm. Ja, pass auf. Jetzt hat er wieder sein Fragezeichen und jetzt wird er eine Schaufel haben. Je nachdem, welches Tool und so wir ihm geben, wird er schneller sein. Wenn er eine Dia-Schaufel hat, baut er schneller. Wenn er eine Steinschaufel hat, ist er langsamer. Wir können ihm mit, ich glaube, Shift-Rechts-Klick genau das Inventar öffnen und dann hier die Schaufel reinlegen. Und wenn er diese hat, legt er los. Nachts arbeiten die aber, glaube ich, nicht. Deswegen sollten wir gleich schlafen gehen. Dann laufen die mal zur Stadt mit, um sich zu schützen vor den Mobs. Das tut er jetzt auch gerade. Müsst er mit bedenken. Sonne geht unter. Wir legen uns hier rein. Und dann hoffe ich mal, dass er gleich von alleine anfängt, da rumzugehen. Ich habe mir beim Abbau nicht wundern ein bisschen Haste-Effekt gegeben, damit das nicht so lange dauert. Ich bin gerade in der Vorbereitung für die Episode. Ich habe einfach nur die Erde hier wegrasiert, aber mit selbstgecrafteten Schaufeln. Dann, ja, ich werde hier und da ein bisschen Unterstützung machen, weil es ist nicht das Ziel, das im Survival-Mode hier im Survival richtig zu spielen. Ich werde versuchen, alles zu farmen, was so geht. Aber da, wo es ein bisschen schwieriger ist, gucken wir mal. Werden wir vielleicht beim Wege bauen. So, wenn ich wieder Kies brauche und sowas. Dann werde ich da mal gucken. Ja, ähm, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, mit höherklassigen Schaufeln und so, das geht am Anfang noch nicht. Ihr müsst ihm am Anfang wirklich eine Holzschaufel geben, weil die, das Tool, was er benutzen kann, ist abhängig von seiner Bilders hat. Und am Anfang kann er nur Holzschaufeln benutzen, weil er nur Level 1 ist oder noch keine Bilders hat. Das schneit er jetzt aber, da er eine Holzschaufel hat, fährt mit seinen Händen durch die Gegend und jetzt sollte der Stück für Stück anfangen zu bauen, das, was halt fehlt. Wenn ihr, by the way, Blöcke abbaut, wo was drauf sitzt, dann fällt das auch runter hier. Ist aber eigentlich egal. Da, guck, jetzt geht er hier hin mit der Schaufel, Stück für Stück und baut ab. Die Geschwindigkeit ist abhängig davon, welches Level der ist und welches Tool der hat. Jetzt am Anfang ist es halt eher noch langsam. Und, ja, jetzt wird er sich noch an dem letzten Ding hier abmühen und dann fängt er an, die Blöcke zu setzen und die Bilders hat zu bauen. Dann legen wir los. Jetzt seht ihr, okay, mein Bauplatz ist ready, alles geteraformt. Ich hole mir jetzt die Materialien und fange an, Blöcke zu setzen. Und dann hoffen wir doch mal, dass der hier gleich anfängt, unser Gebäude zu bauen. Und wenn er seine Bilders hat, ist er wieder am schnellsten oder ist er wieder schneller, dann kann er die Town Hall bauen. Parallel, während er dort arbeitet, können wir die auch jetzt vorbereiten, dass wir ihm keine Schere geben müssen, damit er kein Gras entfernen muss. Das kann ich jetzt händisch einfach mal tun. So, ne, und dann mit einer Schaufel meinetwegen hier hingehen und das Ding wegmachen, das geht auch. So, der baut jetzt hier Erde hin, denn ich habe das ja so gemacht, dass das Ground Level von der Bilders hat, das hier ist. Das heißt, die Fläche werde ich dann auffüllen noch mit Erde und sowas. Deswegen schwebt auch da die Town Hall und das Ding hat auch geschwebt, weil das jetzt hier unser Ground Level sein wird und wir werden das Stück für Stück noch auffüllen. Ich finde aber, der ist recht schnell, muss ich sagen, dann doch. Vielleicht habe ich den langsame Erinnerung. Ist echt chillig. Ja, dann schauen wir mal, wie es aussieht, wenn er jetzt gleich hier das erste Gebäude gebaut hat. Ich habe ein bisschen geteraformt. Hier ist jetzt frei. Hier habe ich Erde aufgeschüttet. Gut, und jetzt geht es ans Gebäude. Das komplette Fundament wurde fertig gebaut. Hier wird jetzt die Bilders hat gebastelt. Das hat auch gar nicht mal so lange jetzt gedauert. Vielleicht, weiß ich nicht, fünf Minuten oder sowas. Oder ein bisschen weniger sogar. Aber die ist fleißig am Basteln. Die Gebäude werden immer so von unten Schicht für Schicht nach oben gebaut. Nicht so, wie es normaler Spieler bauen würde. Wird erst eine Hütte bauen, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste. Hier ist halt wie so ein Template, was jetzt von unten nach oben aufbaut. Aber ich glaube, Pathfinding, Geschwindigkeit und so hat seit dem letzten Mal ein bisschen zugenommen. Ich finde, die sind echt zügig dran. Jetzt kommt hier schon die nächste Höhe. Wenn alles klappt, würde ich mich echt freuen, wenn wir dieses Jahr eine viel, viel größere City mit allen möglichen hinkriegen. Es wird geil, Leute. Es wird einfach extremst geil. Wir machen uns weiter ran ans Terraform. Muss halt gucken, ob ich immer schön von den kleinen Hügelchen ein bisschen Erde abtrag. Es muss nicht zu flach hier sein. Also hier und da kann es aber nach oben ein Stückchen gehen, nach unten gehen. So ein Teil würde halt eher hier stören jetzt, weißt du. Das kann man dann mal wieder mit abbauen und so. Aber sehen wir dann. Es ist einfach so satisfying zu sehen, wie sich das aufbaut hier. Stück für Stück. Leider ist das verforged. Das heißt, Replay-Mod ist nicht möglich. Sonst könnte man sehen, wie die Villager die Teile halt mal bauen. Aber, ähm, gut, ist nochmal aufwendig, jetzt mal eine Timeless zu machen. Ich denke mal, das passt schon. Ich denke mal, das Dach wird auch gleich ruckzuck fertig sein. Und dann kriegt er sein Upgrade. Und dann wäre hier die Town Hall dran. Und ich glaube, es wird jetzt abgeschlossen. Die letzten Blöcke. Ich glaube, es gibt gleich noch ein Feuerwerk. Und die Zäune außen verschwindet. Oh, die Türen wurden noch gesetzt. Macht er ja zum Schluss. Dann leuchtet er aus mit Fackeln. Und tadaa! Das erste Gebäude ist fertig, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich habe schon wieder ziemlich viel erklärt und gezeigt und gemacht. Und das erste Gebäude ist ein sehr großes Achievement für Folge 1. Wie es weitergeht, seht ihr im Livestream oder in den nächsten Episoden. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Hier hinten der Sachzug. Oh, das ist aber neu, dass er ein Ausrufezeichen hat. Hallo? Hast du über die Resource Scroll gehört? Ja, habe ich. Habe ich, habe ich. Habe ich, habe ich. Die Resource Scroll ist die hier. Die habe ich schon vorher gemacht, weil wir vom letzten Mal kennen. Der gibt dann auch Tipps und erzählt, wie es weitergeht. Übrigens, das, was ihr hier seht, sind die aktuellen Grenzen des Dorfes. Weiter geht es nicht. Aber mehr dazu, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und dann gehen wir an die Town Hall, holen neue Kolonisten, äh, Kolonisten vergrößern das Dorf und so die Stadt und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten tollen Video.